Beim V-Vorlinks gebeugt, stehen sich die Partner wieder relativ nah beieinander, greifen sich im halben Klammergriff an den Unterarmen und verlagern ihr Gewicht nach hinten. In der Position bewegen sich die Schultern aufeinander zu und der Po wird rausgestreckt. Jetzt gebt ihr euch gegenseitig Halt, nickt euch dann wieder zu, um die Position zu verlassen. Und dann wieder zu, um die Position zu verlassen.